Hallo, mein Name ist Sandra Lefting und ich bin Produktmanagerin bei Schäffer. Heute möchte ich Ihnen unseren Radlader 2445 S vorstellen. Unser Erfolgsmodell und Nachfolger des legendären 2445. Unser 2445 S gehört in die populäre 0,5 Kubikmeter Klasse, also dem typischen Einsatzgebiet von Gartenlandschaftsbau und dem Kommunalbereich. Hier kommt es besonders darauf an, dass die Radlader kraftvoll genug sind, um auch anspruchsvolle Aufgaben zu bewältigen, aber auch kompakt genug, um bei den oftmals beengten Platzverhältnissen souverän zu manövrieren. Der 2445 S hier, der kann beides. Mit gerade einmal 1,23 Meter im inneren Wenderadius bereiten ihm auch enge Baustellen keine Probleme. Selbst Steinpaletten mit bis zu 1,9 Tonnen Gewicht transportiert er völlig souverän über die Baustelle. Mit einem Einsatzgewicht von gerade einmal 2,7 Tonnen können Sie das Kraftpaket ganz einfach auf einen PKW-Anhänger zum nächsten Einsatzort transportieren. Eine sehr überzeugende Leistung. Beim Antrieb haben wir von Schäffer uns für einen 50 PS Kubota-Motor entschieden. Der garantiert nicht nur absolute Zuverlässigkeit, sondern ist auch zukunftssicher. Denn der Motor erfüllt die wichtige Abgasstufe 5. Er hat einen Dieseloxidationskatalysator und einen Dieselpartikelfilter verbaut. Das garantiert einen umweltfreundlichen Betrieb und damit auch die Teilnahme an lukrativen öffentlichen Ausschreibungen. Außerdem haben wir dem 2445 S noch unsere automatische Schubkraftregelung High Traction Force HTF und den elektronisch geregelten Fahrantrieb Schäffer Power Transmission SPT mitgegeben. Damit steht zum Beispiel auch im Schnellgang automatisch immer die optimale Schubkraft bereit. Ganz ohne Runterschalten. Und besonders vorteilhaft ist das am Schotter- oder Kieshaufen. Und die SPT, unser elektronisch geregelter Fahrantrieb, erhöht den Wirkungsgrad und sorgt dadurch für einen reduzierten Kraftstoffverbrauch. Serienmäßig fährt der Lader 20 kmh oder optional sogar 30 kmh in der Spitze. Optional bieten wir für den 2445 S natürlich auch unseren Multi High Flow an. Der bietet überragende Hydraulikleistungen, auch wenn mehrere Antriebe gleichzeitig versorgt werden müssen. MHF, das heißt garantierte Höchstleistung und bietet mit bis zu 81 Litern Hydraulikleistung pro Minute ganz neue Einsatzmöglichkeiten. Der 2445 S setzt auch beim Bedienkomfort ganz neue Maßstäbe. Durch seinen ergonomischen Fahrerstand mit toller Rundumsicht gibt es auch bei langen Einsatzzeiten keine Ermüdungserscheinungen beim Fahrer. Und gleichzeitig sind die Anbauwerkzeuge immer optimal im Blick, dank der Schäffer-typischen nach oben schmal zulaufenden Schwinge. Dies ist nur ein Beispiel dafür, was wir bei Schäffer in den letzten 40 Jahren Radladerbau besser gemacht haben als unsere Mitbewerber. Außerdem natürlich unser einzigartiges Knickpendelgelenk. Das ist absolut wartungsfrei und nahezu unkaputtbar. Darauf können Sie sich immer verlassen und deshalb geben wir Ihnen auch drei Jahre oder 3000 Stunden Garantie darauf. Dazu kommen unsere super haltbaren Kugelgelenklager in allen Zylindern oder die Schäfferachsen, die speziell für jeden einzelnen Radlader konstruiert werden, um maximale Schubkraft zu garantieren. Gleichzeitig haben Sie bei diesem Radlader eine absolut zuverlässige und Wartungs- und verschleißfreie Bremse. Wir liefern in 2445 S serienmäßig mit einer im Ölbad laufenden Lamellenbremse. Übrigens haben wir mit dem 24E einen voll elektrischen Lader mit ähnlichen Leistungsdaten im Programm. 100% emissionsfrei, ohne Abgase und super leise. Noch mehr Infos zu unseren Erfolgsmodellen finden Sie auf www.schäffer.de oder bei Ihrem Schäffer-Vertriebspartner.